Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Minecraft-Projekt namens Let's Hacks It! Mit dabei sind heute vier Spieler, ich geh hier einmal der Reihe nach durch, MC Logan. Jawoll, hallo! Der Tigger B. Hallo! Tür mal los! Hallöchen! Davido! Hallo! Und meine Wenigkeit, der Tarok. Und wir spielen ein kleines Projekt zusammen mit Anonymex und ein paar anderen. Der hat das auf jeden Fall ins Leben gerufen. Und zwar spielen wir ein Hex It-Projekt 5 gegen 5, quasi ein PvP-Projekt. Wir werden allerdings erstmal im Survival anfangen, uns eine eigene Basis aufbauen und dann soll es pro Woche ein PvP-Event geben. Dazu aber mehr, wenn es soweit ist. Und, äh, habt ihr noch irgendwas? Äh, äh, ich würde durch das Portal gehen. Ja, genau. Sagen kann man vielleicht noch, dass das Ganze in Hex It stattfindet und im Modpack? Ja, dann sag das doch einfach mal. Richtig. Let's Hex It! Findet in Hexen statt. Das macht irgendwie Sinn. Hallo, ich bin TGW und sage euch, dass es nix ist. Ja, machen wir. Das geht jetzt. Alles klar, los geht's. Mein Name ist Thymalos und ich komm nicht durch das... Ich auch nicht. Was ist die Hölle? Das geht so schlecht die Tür aufzumachen. Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Was ist denn da los? Was ist denn mit der Scheiße? Das ist top. Ey, damit ist der Einzige der da drin steht. Ah, ich bin... Nein. Nein, du kannst einfach nur von der anderen Seite reingehen. Achso. Die Chaoten-Gruppe hier. Was ist die Hölle? Nix funktioniert hier. Perfekter Start. Kann man ja so sagen. Ja. Gut, da sind wir zurück. Nach anfänglichen Spawnproblemen hat es jetzt geklappt mit dem Portal. Und wir sind hier in der Wildnis gelandet. Ja. Alle Mann. Keiner fehlt. Achso. Fantastisch. So wie das sein soll. Ja. Und es geht natürlich los gleich, als wir mit Holz sammeln. Ja schön, dass ich den Anfang jetzt gelöscht habe. Egal. Habe ich ja erstmal nicht auf. Habe ich Strikes gehört? Oh geil. Block Name. Tile Log. Block ID. Metadata. Keine Ahnung. Okay. Ich sollte nichts mit einem Stick anhauen. Wo bauen wir denn? Hast du schon mal eine Idee? Wo wir bauen können? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht hier in diesem Schneebium. Okay. Ein bisschen nörgler. Egal. Mega weh. Der friert so schnell. Ja. Ich habe schon eine ganz blaue Nase. Ein bisschen warm. Ach komm her. Ich wehren dich. Oh. Oh. Gruppen kuscheln. Juhu. Ich sehe nichts hier. Ist ja unglaublich. Ist ja auch Moody. Kein Wunder. Moody? Moody. Moody. Wo seid ihr denn eigentlich alle? Wo seid ihr denn eigentlich alle? Wo seid ihr denn alle? Ja. Ja. Ich hab ein Schweinchen. Hallo. Das ist doch Feuer und Flamme mit einem Simandabrum. Aha. Ich bin aber nur Feuer und Flamme zu dir. Ja. So. Folgen wir mal. Wo seid ihr alle? Sekunde ich muss einen Baum haben. Das ist schon eine schöne Stelle gefunden. Der Anführer hat gesprochen. Versammeln euch. Da ist er. Ich würde dich schlagen können aber es geht nicht. So. Hier. Oh. TKW. In die Richtung Grasenwald. Ja. Hallo. Hopp. 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 Hey. Das sieht doch an einer guten Stelle aus hier oder? Ja. Voll super duper. Ach. Hügel. Nein. Das ist einfach nur grün. Und was ist das? Lass uns im Sumpf bauen. Das was da würde ich nicht. Klatsche ist da drin. Top. Oh das ist eine Spinne. Oh nein. Ich glaube ich Spinne. The Nvidia OpenGL driver detected a problem. Oh man. Echt? Nein. Warum? Oh ist das professionell ey. Oh ja. Alter. Alter schlecht. Du care. Ja lass uns schon mal einen Spot suchen. Sollten irgendwas. Nein ich hab euch verloren. Was ist das denn? Hier ist ein Haus. Aua. Ey das ist ein Dorf. Geil. Oh. Alter was hat da gerade gebumst? Was ist das denn? Wer hat gebumst? Ich hätte schon viel Hilfe. Stoffelkreis. Stoffelkreis. Ey nicht. Schlag den doch nicht in meine Richtung hier. Ich bin wieder da. Wer noch? Wo seid ihr? Nein. Wir sind bei dem Dorf. Aber gleich eine Schmiede dabei. Aber die ist ja voll cool. Lass uns mal doch gleich eine Bob bauen oder? So am Dorf. Das wäre doch ganz cool. Was ist das denn? Gorilla. Wie cool ist das denn? Wann machen? Ja hast du einen Artgenossen gefunden. Warte mal zu. Boah hier Affen hey. Monkey Man. Wacht mal ich war doch Monkey Man. Monkey Man. Nein das war Tarok. War das nicht. War ich der? Du warst ein Arschloch. Ja das sowieso. Wir übernehmen hier die Häuser oder was? Ja. Das war's mit dem Projekt. Wir haben unsere Stadt gebaut. Da hinten ist noch ein Turm. Wir könnten auch irgendwie eine Festung hier bauen oder? So in der Nähe und dann das so zu unserem Herrschaftsbereich machen. Wolltest du nicht irgendwie eine fliegende Festung machen? Ein Luftschiff? Ja. Ist auch eine fliegende Festung. Hier auf dem Hügel. Was sagt ihr dazu? Hier ist doch so ein schöner Aspekt. Kein Bock. Langfällig. Wollte sein. Hast du eine bessere Idee? Hier ein bisschen weiter im Norden. Da sieht man so zwischen den beiden Messerchen. Ja wir bauen unter Wasser. Zwischen Norden. Atlantis. Das wäre es doch. Das findet keiner. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Zugestellt. Achja die guten alten Hexerzeiten. Zetten. Ja die sind ziemlich scheiße. Also du haust dir schon die Bäume weg. Ich denke mal das ist okay dann hier zu bauen. Ja. 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 Lass uns eine Baumfestung bauen. Auch wenn es mir schwerfällt. Wäre auch eine Idee. Eine Baumfestung? Ja. Ja hatte ich doch schon mal. Schöne Baumhaus. Ja eben. Hyper das wäre doch was für dich. Ja ja. Und dann schlägt der Blitz rein und das war es. Cool. Nein 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 nein. Necrafting Station. Wie macht man sowas? Richtig fancy. Oh hier gehts runter. Oh ich mach mal irgendwo ne Miene. Am besten hier so am Liegesrand. Ne Miene? Aber hier ist schon ne Miene. Hier einfach hier in die Höhle rein. Wollt man grad sagen Höhle? Hier ist ne Höhle. Hier ist ne Höhle. Hier ist ne Höhle. Ja. Hier ist ne viel schönere Höhle man. Was glaub ich nicht. Du hast einfach nur ein Loch. Ja eben. Ja das ist ja das Schöne. Höhle. Was machst du da? Ihr habt aber ein viel kleineres Loch. Hau dir den Redstone an damit es hier ein bisschen heller ist. Warum das hier oben schon rechts? Ach ja Sexe. Och Gott Alter. Was machst du Sexe? Ja was weiß ich denn. Wenn du was? Wollen wir gehen jetzt da drüben rein. Ja. Ab ins tiefe Loch. Ah. Das tiefe, dunkle und feuchte Loch. Ich mach mal hier oben schon mal ne Kiste wenn niemand was dagegen hat. Nein. Klingt gut. Am besten stellst du die direkt neben die Crafting Station. Ach gut das du sagst. Ich wollt grad ne Workbench machen. Einmal mit Hofes ey. Ja wo hast du denn die Crafting Station aufgebaut? Ja da auf dem Hügel wo ich die Festung bauen will. Ach da. Sag doch gleich. Wie macht man ne Crafting Station? Ein Workbench ins Inventar legen. Also ins Crafting Feld. Ah. Das heißt ich mach das hier das hier da aus mit der Crafting. Ah. Mann. Voll Mindblowing. Holy shit. Danke. Hast du auch ne Spitzwöcke? Ich hab deine. Ich hab deine. So sieht's ja nicht. Ich hab doch deine genommen. Was ist hier los? Ich hab mir die genommen. Oh. Sowas aber auch. Wollen wir sonst mal irgendwie zusehen dass wir die Arbeit ein bisschen aufteilen? Zwei Leute in die Mine und zwei kommen wir zum Essen oder sowas? Ich geh in die Mine. Kein Ding. Ich geh auch in die Mine. Alles klar. Du kannst ja schon mal was für Essen oder? Genau das können wir schon mal machen. Essen da nehmen. Und dann wieder nachpflanzen. Und jemand kann schon mal ganz viel Holz suchen. Dann pflanze ich mal nach. Pflanze. Oh. Raw Pocket Shop. Uh. Kartoffeln. Kartoffeln. Bist. Keine Sterbe. Was wärs jetzt noch? Rest. Tiefstum. Warum sprichst du denn auch in die. Kann. Kann. Einer bitte einen Death Timer an? Weil wir. Weil wir. Keinen Spotpoint da haben. Alter. Was verkauft. Hör? 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 Versteiß. Komm ich hierher. Oh war jetzt noch mal die Crafting Station. Bei mir im Loch. Oh meine Sachen sind alle weg. Der Typ. Und was ist denn los? Ja das ist echt schrecklich. Ich weiß. Aber warum das denn? Einmal mit Profis.glog.de Ja nimm da. Ja. Ich nehme mal ein bisschen weiter mit. Halt. Komm mit. Braucht Brot. Klobe. Fertig? Ne. So ich kann zwei Blancho machen. Reicht das für uns alle? Ja. Ja locker hier. Hörst mich für du. Ach da. Einmal mit Profis. Erstmal was zum Brazen machen. So Dom. Möchtest du unser erstes Haus bauen? Die Ehre gibt dir. Sag mal. Was gibt es denn alles neu hier? Hier ist ein Baum aus Stein. Hab ich auch noch nicht gesehen. Baum aus Stein? Wo bist du denn? Im Nether? Einfach mal weggelaufen. Tschüss. Kannst du dich hierher teleportieren? Wie geht das also? Der hat Cheaten. Darf wir wieder einen Strike bekommen. Oh Tauk mach mal. Ey was machst du da? Ey. Warte ich auf. Ja. Na du. Warte das muss ich mal erkunden. Ey. Warte das war mein Loch. Ja das war mein Loch. Oder ist das von den. Ist das von den anderen vielleicht? Oder so. Da unten ist Lava drin und sowas. Würde mich eher wundern wenn du die jetzt schon gefunden hast. Aber. Theoretisch ist das möglich. Ja man. Hä? Das wäre ganz guter wenn wir es beide. Also wenn beide Teams auf dem gleichen Fleck dauern würden. Ja vor allen Dingen. Also das kann auf gar keinen Fall. Das muss hier gebaut worden sein. Hm. Kann nicht einfach so wachsen. Na weiß man nie. Ist Hexet ne? Da kann alles wachsen. Wachsen und gedeihen. Ne ne ne. Dann lass die ja nochmal finden. Einfach alles ausbeuten. Dann ist das die Fistung von denen. Lass ein bisschen aus. Fistung. Die Fistung. Es gibt auch Strukturen die hier spawnen. Ich weiß nicht. Ihr müsst euch das mal angucken. Ich kann dazu nichts sagen. Ja. Warte. Weiß ich. Aber das war ne. Das war ne. Zylinderartiges Teil. So mal einen ab von euch. Dann könnt ihr das ja mal beurteilen. Ehm. Guck mal oben auf die Karte. Das ist so ein grüner Punkt. Seht ihr den? Ja. Und etwas. Die macht mal die Karte eigentlich nochmal an. Ach N. Okay. N. Wiener Punkt. Das ist ne Slime. Das ist ne Slime. Ja. Da oben zu bauen wäre natürlich auch ganz geil. Ne. Ja das ist Gorilla. Ich möchte die ganzen scheiß Slime stemmer spawnen. Ja dann musst du ja nur das was machen. Hilfe. Blue Slime. Nein. Ja das ist so. Nein 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 nein. Was ist das denn? Emerald Charm? Bist du? Rette. Was wir da nicht verstehen hier alles. Äh. 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 Ach. Moment. Da hinten. Du hast doch gesagt dass du bei den. Dann hier oder? Hä? Nein nein nein. Rettet mich einer. Treibsand. Ah. Oh. Wo warst du denn? War einer hier gerade? Ne wa? Alter wie schlau. Da haben wir viel Capitator drauf. Sehr geil. Hat's da. Hab ich gefunden da oben. Ach da rüber mal los. Genau. Dann komm mal mit. Willstens einer schon mal. Ich will da auch mit. Sollen wir noch warten eben? Ne. Das heißt da die doof. Ja warte. Alter. Hä? Ähm. Was ist jetzt? Scheiß Spinner. Komm mal runter jetzt hier. Richtig. Da gerade aus das Ding. Guckt euch das mal an. Ach ne das ist normal. Nein. Im Treibsand. Warum guck ich das denn noch mal? Hä? Mir hat die gerade ne Herzblut. Ach hier komm mal rein. Lol. 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 Das ist aber ein normales Baumhaus. Hä? Echt? Ja. Was von hier? Ja. Hab ich ja noch nie gesehen sowas. Ha. Immer ein erstes Mal. Ah Dari. Mein erstes Mal. Was denn? Hallo Tarok1. Ja. Hallo Tarok1. Hört ihr mich? Reconnect. Ja wir hören dich. Es fängt das wieder an oder? Was ist hier los? Jetzt bist du gejoinnt hier. Oh fuck. Oh fuck. Hä? Wer? Tarok ist weg aber Tarok1 ist noch da. Nein. Aua. Aua Hauptsache ich kann weiterspielen. Das war Glück. Dö. Oh je. Diamant. Ich werde jetzt mal versuchen hier schon mal ne kleine Festung zu gehauen. Ich guck einmal da jetzt. Bin wieder da. Wieso hängst du nicht mal der Weiler-Mod? 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 Tschüss. Oh. Yellow. Kokobo. Ich lagen kann. User joined your channel. Hallo. 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 Ah ja. Kurze Time Out. NP. NP. Touché. Ich bin jetzt der Red Arrow. Du bist der Red Arrow? Ja. Bin ich gut ey. Was ist ein Red Arrow? Ein roter Pfeil. Der Helper. Nein. Der Gehilfe vom Green Arrow. Haha. Alter. Das ist ein Diamant. Kein Ding. Ich hab geholfen. Hier. Ich hab Büsche gefunden. Du bist so ein krasser Typ man. Es ist unglaublich. Dafür wirst du mir noch dankbar sein. Glaube auch. Echt so. Obster Cobblestone. Warum packt ihr eigentlich die Büsche in mein Haus rein? Was ist das? Haus. Dafür viel schlimmer, dass ich hier keine einzige Kohle habe. Und ich deswegen irgendwelche Sachen einschmelzen muss. Damit hier überhaupt unten ein bisschen Licht ist. Pflanzen einfach mal vor Schausch. Vor Schausch. Vor Schausch. Bist du Bescheid? Ich hab ne Höhle gefunden. Ach ne. Da sollte der. Oh Jambi hallo. 1, 2, 3 bis 3 hätte ich das ganz gerne. Ich bräuchte mal ein bisschen Cobblestone so langsam. Falls ihr was habt. Ich hab genug. Cobblestone hab ich nicht. Aber Diamanten könnte ich dir angewiesen. Diamanten? Ja neun Stück. Achso. Pack mal jemand. Dave spring mal in meine Höhle rein. In meine tiele, dunkle und finstere Höhle. Hört ihr mich? Nein ich hör dich nicht man ey. Hallo. Tut mir leid. Du hast alles nicht geholfen. Karon. Hallo. Oh ein Zombie. Hallo. Was bist du? Ab Nase. Ja bitte. Hast du mich gerufen? Ja. Das war doch besser. Erstmal da. Da. Geil. Und jetzt komm mit. Wieso? Da oben. Wieso? Womit heißt begehen. Mal wieder die Lampe aktivieren. Wo führst du mich hin? Nennt sich das hier. Wieso ist es hier so dunkel? Komm mit. Mach doch erst mal ne Fackel hier. Ich hab kein Ge-Kohle um Fackel zu machen. Kannst du einfach Holz kohlen? Nein. Nein, nein, ich nehme keine Holzkohle. Alter, was fliegt denn da oben rum? Warum hast du eigentlich einen Kupfer eingeschmolzen? Du bist mein Held. Weil ich noch drei weitere im Inventar habe. Das macht keinen Sinn. Aber okay. Aber das Eisen lässt du liegen. Hab ich nicht gesehen, weil es vielleicht hier so dunkel ist. Ach so. Weißt du was? Ich behalte einfach die Diamanten für mich. Ach so, hast du gemacht? Geil. Ja, dann lass mich dir doch das Eisen wiedergeben. Hier. Boah, ich lag gerade voll. Was ist hier los? Was ist los? Was ist los? Ach so. Hast du die vier Eisen bekommen? Ähm, ja, ich habe es nicht. Crafting. Nein. Crafting Table. Da hast du noch zwei. Bleib stehen. Danke. Und du hast mich jetzt hier runtergebracht, um mir Diamanten zu zeigen. Nee. Eigentlich weil hier hinten eine fancy Höhle ist mit leuchtenden Pilzen und was weiß ich. Ey, wozu war noch mal Quantum Dust Good? Ähm. Für eine Mod, die eine Hexe glaube ich nicht funktioniert, wenn ich mich da richtig erinnere. Top, ne? Jemand irgendwas zu essen? Ja. Ah, fuck. Blaue Schleim. Blackberry. In der Kiste müsste noch ein bisschen was nehmen. Wenn du nur an die Oberfläche kommst, habe ich drei Äpfel für dich. Und wahrscheinlich auch noch gleich blauen Schleim. Oder auch nicht. Ich geh grad nur gerne irgendwas, weil meine Hungeranzeige ist komplett. Ja. Hallo. Ja, warte, wo bist du? Ja, wir haben mittlerweile 15 Minuten erreicht. Äh. Das ist vielleicht gut zu wissen. Die Regel ist am Tag 15 Minuten aufnehmen. Ja, 10. Achso. Ja, wir haben aber auch noch die Einleitung. Na gut. Ne, auf jeden Fall war es das für die erste Folge. Ähm. Wollt ihr irgendwas sagen? Ja. Ja. Ich hoffe, es interessiert euch. Und ja. Ha. Ja. Ne? Das war's. Toll. Nice. Hört mich irgendjemand? Nein. Hallo. Ja. Ja. Lack es schon wieder. Okay. Während Tower of Lag verabschiede ich mich schonmal und wir sehen uns bei der nächsten Folge von... Wie hieß das hier nochmal? Let's Hexit? Let's Hexit. Genau, Let's Hexit. Ja. Boah! Ich bin da. Bäh. Ich bin da. Ich bin da.